Hallo zusammen, Maya3007 hier. Herzlich willkommen zu meinem ersten Video zur schaureggeschönen Lesenacht um heutigen Halloweenabend. Entschuldigt diese extrem bescheidenen Lichtverhältnisse hier in meinem Schlafzimmer. Ich habe schon ein bisschen was versucht, aber ich konnte es leider nicht besser hinkriegen. Was will ich heute lesen? Ich habe mich hier für Jonathan King, das Messer im Sumpf, entschieden. Das ist ja das Buch, das ich beim Buchtoaster bekommen habe. Und falls mir das nicht so gefällt, habe ich mir hier noch Volker Klöpfl und Michael Kober Erntedank parat gelegt. Ja. Und dann habe ich mir auch noch, Momento, hier Butterringe parat gelegt zum Naschen. Eins meiner Lieblingsschleckereien. Die kaufe ich mir immer hier bei uns im Supermarkt. Ich hoffe, dass jetzt während des Videodrehs nicht wieder irgendjemand an der Tür klingelt. Denn bei uns sind die Halloween-Geister unterwegs. Süßes oder saures, sage ich da bloß. Wahnsinn. Es werden immer mehr Kids diesen Blödsinn mitmachen. Ich werde jetzt dann zu lesen beginnen. Und euch dann aller spätestens morgen, wahrscheinlich im Monatsvlog dann mit dabei, berichten, wie es mir gegangen hat bei der Lesenacht. Und ich freue mich auch schon auf die Videos von allen anderen BookTubern, die heute auch bei der Lesenacht mitmachen. Also, wir sehen uns bald wieder. Maya 3007 . abonnieren!